Football Time! Willkommen bei unserem Super Bowl Special. Ich heute hinter der Kamera und Nina begleitet euch durch ihre Vorbereitung. Ganz genau. Ich gucke jetzt in den nächsten Tagen den Super Bowl, wie immer. Und da brauchen wir natürlich neben leckeren Getränken auch was Leckeres zu essen. Wer spielt denn da eigentlich die Petwoods gegen die Ransel? Wie bereitest du dich denn auf diesen Super Bowl vor? Also wir machen einiges zu essen, zum Beispiel so Hot Dogs, Burger, Chicken Rings und was immer wichtig ist, ganz viele Dips. Ja, und die werden wir euch heute mal zeigen. Wir haben jetzt für euch einiges vorbereitet und was wäre das zum Beispiel? Hier haben wir zum Beispiel eine Tomatensalza, die kann man auch gut mit den Nachos kombinieren und das Ganze dann im Ofen überwappen. Und dann haben wir eine selbstgemachte Guacamole, da ist auch etwas Salsa drin. Und dazu noch so eine Sour Cream und das sind Onion Cheese Rings. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Essen ist soweit klar. Steht alles. Gäste sind eingeladen. Superwohl kann eigentlich starten. Und beim nächsten Video seht ihr Karin wieder hier. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Tipps, Tricks und schöne Ideen für uns haben wollt, dann abonniert den Kanal Karin-Klor Ernährungstraining. Mit Glöckchen. Ganz genau. Und lasst einen Daumen da. Tschüss. Schönes Spiel.